herzlich willkommen zu day z standalone in der baracke voller server und warte solid gender has a strong pulse sehr gut das kann losgehen wieso solid gender ach so ich bin da mit toasty hier drin ja wir haben uns mal aufgeteilt leute weil wir sind jetzt auf einem richtig extrem vollen server gegangen weil auf dem anderen irgendwie nichts los war und leute sein mit uns also ja da sollte jetzt mal was abgehen hier na denke auch kniebeugen so pass auf wenn du bereit ist mache ich die tür auf jetzt endlich mal kein regen ok warte das mal kurz gucken hier läuft keiner hier läuft keiner ok ok also ich habe auf jeden fall alles bereit ich kann aufmachen ja moment wir sind schon raus so und zwar ist jetzt unser plan wir wollen jetzt übers airfield zur military base das heißt also entweder werden wir abgeknallt oder wir schaffen es einmal eine kleine challenge genau da läuft ein zombie habe ich auch gerade gesehen das aber einer vom büro ne weißes hemd an da sind die zwei jungs ok ich gucke jetzt einmal dahin wir bleiben auf der rückseite geradeaus in den ersten hangar ja kugel langsam rein dann weiter versuchen jetzt mal die zombies nicht auf uns zu lenken ok gerade ich wollte knutschen ich gucke mal eben in der haus weiter hangar ist leer also wenn jetzt hier keiner ist ne weiß ich auch nicht dann weiß ich nicht mehr hier ist jemand gestorben hier ist eine munitionskiste zwei stück sogar munition box ruined hier ist jemand gestorben auf jeden fall also zumindest ist er aber gestorben da waren wir noch lange nicht online also hier sind irgendwie schon viele gestorben die wir gesehen haben ja das stimmt allerdings ja irgendwie sind wir noch keinem begegnet ich gucke immer noch ab und zu mal ein bisschen in die gegend rum da hinten am knass ist nichts da liegt irgendwas moment moment da könnte was drin sein nein ist leer aber da liegt eine wache da liegt eine akm glaube ich fängt an zu regnen ja ja ne ne ak 74 liegt hier sogar noch christine braucht ihr eine? nö ok lass doch was in die liegen ak 74 hier hinten liegt noch mehr zeug drin also die äh die einen wohl noch nicht so gelootet worden zu sein ok auf dem feld ist ok auf dem feld ist ein kastan scope was mit anfangen also nicht lange aufhalten hier ja ich geh nur ganz schnell durch die baracke durch also durch den links durch weil hier ist ein bisschen was drinne sollet ich glaub wir müssen da links ausweichen ja die die tür die tür vom vom tower ist auf achten wir kommen jetzt vorm hangar ja alles klar da hinten steht ein zombie und sehen wir auch ok feuerwache ist auch leer Tore sind alle auf ok dann weiter boah ich hab jetzt grad gedacht das wär ein spieler ne ihr lauft vorne ne ja wie sag ich mir fünfter hangar ist leer nichts drin erster hangar hier ist was was rdg2 black ok das ist eine zigarre oder oder was soll das sein oder irgendwie ein muni ding das ist peinlich wenn es keine zigarre ist egal ich kann doch nicht verstehen dass hier keiner ist wow hier schießt einer ah ja ich bin verletzt ich bin tot und zwar auf mich ich bin tot ne ich bin nur bewusstlos wow wer schießt hier ich nicht aber es wird grad auf mich geschossen von wo von welcher richtung ja weiß ich nicht von ganz weit weg von hinten die haben mich gesehen als ich die schuhe holen wollte ich bin auf jeden fall bewusstlos ok ich habe adrenalin bei mir bei wenn du rankommst aber pass auf äh du stehst genau im schussfeld ja es hat aber niemand geschossen also kann das von der sicht seite nicht gewesen sein also ich bin auf jeden fall nur ich bin nur bewusstlos sonst nichts ok also was ich definitiv habe ist ein ein äh eine ich hab gar nicht gesehen wo das herkam ich hab doch eine saline bag da kann ich dir helfen ich hab auch ganz viel ja dann lass uns mal ich hab auch ein blood kit und sowas Leute es geht ab hier das ist ein steady pulse ich lauf mal zum zolle drüber warte ja der muss irgendwo ich weiß nicht wo das herkam das kann entweder nur feuerwache oder dinge so das kann sein dass die euch umlaufen wollen oder tower der kam vom tower ne vom tower bitte zu dem tower nicht zu der feuerwache guck mal da bitte hin ich würde dem don gerne eine saline bag geben ja ich kann da nicht hingucken ohne gedöhnt ich bin da komm her komm hier zu mir komm hier her schnell 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 wer 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 ich bin da ja bleib liegen das kann nicht vom tower ne das kommt woanders her bleib liegen bleib liegen ja ich bleib liegen so jetzt kriegst du nämlich lebenspunkte von mir wieder so jetzt sollte es hier schon besser gehen leckt mich am arsch da hinten liegt ne munitionskoffer ja alles klar ist wieder alles hell ok ich bin wieder da ok also es kommt irgendwo von weiter weg ich sehe da hinten da hinten rennt er da hinten das ist ein zombie das ist ein zombie das ist ein zombie ja ok dann muss er in der feuerwehr sein ja genau da gucke ich nämlich hin ich auch gerade dann kommt er gleich lang dann laufe ich hin nein 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 du machst gar nichts so leute war gott sei dank erstmal danke dass du mir zurück geholt hast und jetzt steht hier mein das wird da versuchen zumindest ich ziele auf jeden fall auf die ecke hier auf welche ok wir kommen ein bisschen mehr zu oder kannst du nur so ziehen also ich kann nicht ich kann nicht laufen ich kann nicht laufen ich glaube der schießt zombies ab ich kann nicht laufen du kannst nicht laufen nein weil man ich glaube irgendwie mein leg ist painful sagt er ja moment ich kann hier ein morphin geben ja habe ich selber bleib da wo du bist bleib wo du bist jemand bleib wo du bist schießt jemand bleib wo du bist warte ich guck dann komm mal hier rüber da kann ich nicht ach so scheiße ich habe doch selber morphin ich weiß wo der ist hinten im wald ja das nutzt es mir das nutzt mir nix jetzt hat er sich hingelegt ja wo ist der leute jetzt bleibt mal locker der kann man so wechseln einfach der ist jetzt bleiben der ist wie wieder unten wegsnipern der ist ja der muss uns nur umlaufen und irgendwo anders hinlaufen der schießt uns dann nein der schießt uns dann nein der schießt uns gar nicht ich kann nicht laufen weil mein weil mein bein gebrochen ist ok er läuft jetzt gerade weg warte mal er ist jetzt gerade in den wald reingelaufen ok ich kann eine rauchgranate schmeißen und dann können wir abhauen ich kann nicht laufen ja er hat auch nicht ich denke er hat ein morphin nein er hat ein gebrochenes bein immer noch my leg is broken steht hier ja da hilft ein morphin ja und nein du brauchst Äste gebrochen Holz genau ja dann geh ich holz besorgen du geht jetzt gar nichts mal es macht doch mal ich mach kaum schießt einer sind alle männer gleich aus dem häus sind Kobs ich auch sie ist trotzdem noch ja warte ich weiß nicht von woher kommen ich kann mich hier hinlegen ich weiß nicht wachst du den da wo die leiter ist oder ganz oben da ist der quatsch damit abgeknallt der kann auch hier reinschießen von da da ist keiner ja einer ist hinten an der mauer auf der anderen seite und zwei stück sind auf dem tower wer geht jetzt holz dann mache ich den jetzt weg hatte ich rolle dahin auf dem tower obendrin ist jemand im himmel normaler ja da ist kann ich sehe da kein ja okay dann kann ja dann kann er ja nichts machen ja locker 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 und da nicht möchte es einfach nur richtig beschrieben haben mehr und mehr gießen ja wenn ich sage tower ist ja wenn ich sage feuerwehr tower ist es ein feuerwehr tower ja eben gesagt zu beiden auch für feuerwehr sehe ich kein feuerwehr ist keiner doch ich sehe da niemanden weil ich jetzt sehe ich habe ich habe ihn gleich ich habe ihn ja den ersten habe ich erwischt oben auf die ding ist sehr geil der ist doch da der blutet der ist tot ja so wie der blutet ist der tod da kommt der nächste alle das ist ein zombie zombie gut so der ist auf jeden fall tot der bewegt wo und in der linken scheibe aus dem kurz vor dem zwei türen ist ja die da ist einer ich habe einen gesehen wo im tower ja im tower und zwar ist da die eingangstür und wenn man reinkommt links ist ein fenster da war ich bin aus der schusslinie da kommt noch einer pack den noch weg da kommt noch wer da kommt die kommen alle ja ich habe jetzt alle ja genau mach ihn weg ganz in ruhe noch noch einer ja ich kann nichts machen da kommt noch macht den erst mal weg und da kommt noch einer gleich warte ja 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 alles klar ja die nächste merkt nichts okay der auf jeden fall da oben ist tot das steht fest ich habe ich weggemacht den habe ich weggemacht der eine zombie steht hier vor uns wir haben es auch gesagt dass das noch mal spannend wird ja nur ich kann da nichts machen wenn der tosi darum hängt da vorne an der ecke ja ich wollte einfach auch mal gucken ja alles gut mach ruhig jetzt gucken bitteschön danke also stehen zwei zombies vor unserer baracke ja gut es ist nicht so wild jetzt er schließt hier warum da weil deshalb okay der kommt zu dir gerant der zombie soll ja pass auf siehst du den da oben ja dann habe ich weggemacht waren aber zwei ja den einer weggemacht ist aber keiner rausgekommen du kannst in ruhe machen ich ziele ganz bestimmt entweder haben sie sich ausgelockt das gehe ich mal von aus brauchst du noch bandagen ich habe noch ich habe noch ich habe auch noch nein da ist noch jemand im tower oben da ist noch jemand drin ja dann lass mal das mal gucken nein weg 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 da schieße weg der schießt aus dem tower raus ich habe es gesehen ich stehst in der schussbahn ich stehe überhaupt nicht Leute bitte du standst eben da glaubst du mein gott ich will doch nur nicht dass du daneben verlierst dann bist du nämlich wieder am schimpfen soll ich irgendwas machen soll ich mich hinsetzen ach ja es ist so schön die barackenwand anzuschauen das werde ich nicht bitteschön abknallen vorsicht zombie kommt ja bin dabei soweit ist ja die wand meinte ist ja jetzt alleine im tower bin ich mir nicht sicher kann ich nicht sagen was ich mal versuchen warte 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 ja wenn dann gehen wir alle rein oder in die richtung die richtung feuerwehr power und zwei richtung normalen power so okay jetzt kommen wir zurück und stehe auf ja warte ich versuche müsste funktionieren jetzt ja alles klar super gemacht ja ich hab die achse warte du blutest du kannst nicht schießen wenn ich in deiner schussbahn bin ja ich blute aber ja super das ist nicht schlimm wenn du blutest dann schießt sie in meine richtung ich glaub's ja nicht so ja ja Entschuldigung war keine absicht verbinde dich so jetzt ist die frage was machen wir jetzt bei richtung normalen power und zwei richtung feuerwehr ja geht nicht im feuerwehr alle nein ein ich bin zuerst die feuerwaffe warte 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 lass mich mal so hinstellen oder ich lege mich mal hin dass ich in richtung dem dem tower gucken kann weil dann kann ich den eventuell nicht naja aber dann kann ich wenigstens versuchen vielleicht treffe ich den ja dann lauf ich richtung normalen ich habe den anderen getroffen bereit warte 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 nein du bleibst hier beim don das läuft zur feuerwehr ich zum tower kann mir ja gar nichts sehen versuch mal versuch mal lang also meinige dünn das dauert nicht so lange hier ja los auf lauf los okay und soll jetzt schön dass du vorläufst ich sehe da schießt auf mich schießen auf mich ja da ist nur einer im tower ist nur einer er hat sich wieder hingelegt ja da ist nur einer drin ist er tot die feuerwache lauf los ja der im tower ist tot jetzt in dieser sicherheit er liegt auf der treppe tot jeder kommt runter er hat mich durch die wand erschossen er hat mich durch die wand erschossen ich kenne der ist tot ja ja nein da jemand anders ist hinter dem tower noch und ist hat durch die wand geguckt ich habe mich unter die treppe gestellt um mich zu verarzt und dann hat er durch die wand geguckt und hat mich gar nicht abgeschossen du bist im tower ich bin unten im erdgeschoss im tower und jemand du kannst den nicht sehen ich stand unter der treppe der hat durch die wand geguckt und geguckt und hat mich erschossen solid wenn der glitsch dann habe ich keine schnitte doch er weiß nicht dass ich in der feuerwache bin nein weiß er nicht er ist zu mir an den tower gelaufen er wusste dass ich unter der treppe sitze und hat mich dann durch die wand erschossen wie auch immer ich weiß nicht ob das noch möglich ist aber es sah zumindest so aus wie lebt man nach er kann ich nicht ja dann hast du keine munition mehr doch hab ich also bei mir steht die all bad ups hab nur noch 15 schuss also in der feuerwehr ist keiner mehr ne was soll ich sag was in der nähe vom tower ja warte ich guck mal gerade also du hast einen davon gefüllt ja und der ist 100 pro ich hab 5,6 kugeln in den rein also der der oben war den hab ich weg gemacht richtig der der oben war der ist die treppe runter den hab ich platt gemacht ok der kam die treppe runter den hab ich fertig gemacht jetzt ist es so dass der auf der treppe liegen muss auf der erste nach der ersten treppenstufe ok ja und ich war da müsste ja noch einer da sein der treppe war ich in der ecke ja und der ist auf der wenn du solid auf die rechte seite guckst ist der rechts neben dem tower also neben dem normalen tower entlang gelaufen an die seite wo die treppe ist und hat durch die treppe durchgeschaut und hat mich mit zwei schuss kaputt gemacht also der ist 100 pro noch in der nähe von dem tower soll ich riskieren solid moment ich muss mal gerade was ausprobieren ja jetzt mehr ein paar sekunden ja ich habe gar nicht gewusst dass tost überhaupt losgerannt ist wusste doch gar nicht ja wer hat mich hat so toll es hat das dauert ihm zu lange und dann habe ich gedacht okay machste kamikaze kommando ja ok gut hat in dem moment auch geklappt wenn der arsch nicht geblitzt hätte ja gut ich habe ja ich glaube ich habe ich habe ihn glaube ich auch zweimal getroffen glaube ich als er oben rausgeguckt hat kein smiley kein smiley smiley kein smiley hi hi ja die ist total lustig mein zielding ist da smiley nicht smiley smiley nicht smiley witzig wenn du so weiter machst knall ich die gleich ab oh mann oh so eine scheiße ja das ist nicht cool soll ich da mal hinrennen mit mit 15 schuss ja ja hau rein und so wissen ja also ich sag mal so an der feuerwache ist keiner aber da ist nichts mehr er hat sich garantiert ausgelockt da könnte ich für wetten ja ja da ist keiner ich kann kann alles sehen ist keiner weiß was ich jetzt mach genau was der lebt noch hier auf der feuerwache der ist am stöhnen der lebt noch der da oben ist der da oben sitzt ja soll ich jetzt da rauf gehen den erwischen den weg machen ich bin doch in der feuerwache ich geh hoch ja da mach ihn weg und in der feuerwache der obendrauf der liegt doch oben drauf guck mal ja püppi siehst du da oben neben der sirene ja den habe ich ja erschossen ja deswegen haben die sich noch nicht ausgelockt weil der noch am leben war und wer ist dann gerade im treppenhaus wer schießt püppi der schießt doch einer auf mich du wirst beschossen püppi merkst du es nicht also ist nicht also manchmal ist das nicht zu glauben ehrlich ja war von hinten dann ja du bist doch verletzt du blutest doch nein wer schießt denn da auf dich weiß es nicht das habe ich auch nicht jetzt ich bin jetzt eine feuerwache ne ja also auf mich hat jetzt gerade jemand geschossen ich habe ihn gesehen ich glaube der ne ne von hinten der versucht hier durch die wand dann ist der typ der versucht durch die wand zu schieben soll ich du müsstest den sehen wenn du oben auf dem dach gehst da wo der typ liegt auf der feuerwache ich kann mich nicht fahrten müsstest du das sehen können ja das ist immer so ein bisschen legging gerade das ist alles ruiniert ja ja weil du da standest und du wirst angeschossen und merkst es nicht ja meine sachen sind jetzt ruiniert hast du ein t-shirt an oder sowas was du zerreißen kannst nein ich habe noch komm her ich habe noch rags glaubt so ich habe noch bandagen hier komm her versuchte durch die wand zu glitschen die ganze zeit oder so ja natürlich pipi komm her ich leg die hier hin ja danke unglaublich die können echt nicht normal spielen ja das ist immer zum kotzen sowas der versucht gleich auf der anderen seite rum zu kommen da könnt ihr verwenden den hab ich jetzt gleich dann ist das tot ich hab dir alles im überblick oh ist das ätzend ja das ist wieder normal daisy da sind wieder leute du knallst die normal ab mit deiner lumpigen waffe die du hier hast weißt du deine ganzen vitamine ey ach scheiße auf die vitamine man jetzt müssen wir uns konzentriert konzentriert euch da drauf den kalt zu machen jetzt ja der hat da durch geschossen ja hier wurde auch geschiepelt ja ja hier liegen waffen ohne ende munition ohne ende ja vor dem tower liegt ohne ende kram also irgendwas hat da nicht gestimmt also es hat mich schon gewundert da liegen lauter kisten und so scheiße also das ist echt entweder machen wir den jetzt weg oder wir loggen uns hier aus nö den machen wir weg ja dann lass uns halt jetzt machen weil die folge schon weil die folge schon 26 minuten geht oh dann müssen wir jetzt gut wo lang entweder machen wir den jetzt weg warte wenn du sagst du weißt wo der ist dann gehe ich jetzt rum und mach den weg ja wo wo er ist bei euch hinten hinter dem der schießt wieder hinter dem hangar hinter dem hangar ist er wahrscheinlich ja ja dann lauf um den hangar rum ja warte mal ich muss erst mal ausweichen der schießt nämlich wieder der ist wahrscheinlich jetzt hier links von mir ja püppi vorsichtig da ist keiner lauf mal hinter dem hangar und schau mal was schießt der auf dich mhm du siehst den im tower ja wo ist der denn jetzt nein im tower ist der nicht der ist nicht im tower ne also um den um den hangar rum ist er auch nicht blutest du noch wahrscheinlich wieder ja dann komm zurück ja ich geh ja wieder in den hangar nein in die feuerwache oder nicht nein ich geh grad in den hangar der hat auf dich geschossen sorry du bist jetzt am tor ne in am tor alles klar da ist keiner genau richtig wollte ich auch sagen wer weiß wo der ist irgendwo hinten im wald oder was ja wo denn bin doch eben einmal drumherum gelaufen ja wer ist doch gerade als so gut wieder auf dich geschossen genau wie du rausgekommen bist hat geschossen deswegen habe ich jetzt die schnauze voll leute wir gehen jetzt raus und ballern den weg der folge hat 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 irgendwie komme ich nicht weg hat 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 ich kann nicht aufstehen ok kann sich aufstehen ich kann mich aufstehen dann bist du immer noch verletzt aber jetzt geht ok gut das soll ich ich gehe jetzt links rum ja gut ich gehe rechts rum um den hangar rum ja und du musst sagen wenn du um die ecke kommst ne und du bist jetzt mal ruhig weil ich möchte wissen wo der herkommt hat der hat geschossen als du hier rum gegangen bist ich höre wieder schüsse ich glaube ich weiß wo der ist ja hörst du die schüsse ja die kommen aber von da entgegen sind andere von vom knast recht irgendwo kann er uns gar nicht sehen mit der knarre trifft er auch nicht ich glaube ich glaube der ist der ist da hinten hinter der mauer glaube ich ja entweder holen wo es denn jetzt oder oder wir machen hier folgen pause dann los wohin ich bin hinter dir ja komm einfach mit er wurde gekriegt ja auch schade ja leute das war es dann wohl jetzt ja komm wir müssen mal soll ich kommen wir kommen zu dir ja wohin feuerwache lockt euch aus ne es sollte vielleicht ein paar sachen ja gut meine sachen sind wahrscheinlich auch im arsch und wo bist du denn äh feuerwache nicht so viel zeug liegen da liegt auch eine m4 gut gut mein zeug ist wahrscheinlich im eimer soll ich mal gucken dann bist du das ich bin das ja ja ich bin das ja ja ach so soll das ist das aber vor dem tower liegt ohne ende so komm lass uns jetzt endlich folgen pause machen hier man los rein und die tore zu hier komm zack zack rein und tore zu okay okay und die tür darfst du auch zu machen was so wir loggen uns hier aus warst du eben bei dem moment erst mal hier die sachen einpacken die gut sind ja und oben nicht mehr m4 die nehmann posten ja ich habe aber keinen platz mehr aber trotzdem ein ja ist das schön habe ich mal trotzdem jetzt folgen pause ja leute da war richtig spannend würde ich mal sagen also wie gesagt wie hat tosi noch gesagt da läufst du 40 folgen irgendwo in der gegend rum und nichts passiert und dann plötzlich in der folge passiert ja war spannend wir haben gott sei dank bis auf einen wir haben überlebt und ja aber durch ein als schießen jetzt schon alles klar ich würde sagen wir sehen uns der nächsten nächste folge contar machts gut bis dann tschüss tschüss